Ah, guten Morgen Leute! Es ist Sonntag, ich habe gerade ein Mittagsschläfchen gemacht. Was gibt es besseres, als eine Runde 100 Warlords danach zu spielen? Direkt nach dem Hafen? Also, ähm... Ja, wenn ich mich müde wirke, liegt es daran, dass ich gerade aufgestanden bin. Wirklich, ähm... War ein sehr gutes Mittagsschläfchen, falls euch das interessiert. War sehr entspannt. Ähm, deswegen, los! Belegen wir los! Kapitel 5, vorletzte Mission, wir haben es bald geschafft. Ähm, wie ihr seht, immer noch kein DLC. Mal schauen, ob es zu den 2 Tagen rauskommen. Sehr gespannt. Aber, jetzt erstmal, wir reden jetzt schon wieder. So, danke. Mission 5, die Invasion Koreas. Jetzt, weil Japan vereint ist, will Hideyoshi sein Erbe durch eine neue Eroberung sichern. Okay. Kurz und knapp. Hideyoshis Plan zeigte sofort Erfolg. Die Kapitulation des Huyo-Clans wollte das Ende des Widerstands gegen die Oda-Herrschaft in Japan ein. Obwohl Hideyoshi nie offiziell zum Shonwu ernannt wurde, gab ihm seine Stellung die Oberherrschaft über die Nation. Jetzt will er Nobu Nagas unerfüllten Traum in die Realität umsetzen. Die Ming-Dynastie jenseits des Ozeans im Westen zu erobern. Nur um die Ming zu erreichen, müssen seine Armee zuerst in Korea landen. Die koreanische Herrschaft jedoch hat bisher geweigert, ihm freien durchzugehen. Die Oda-Herrschaft ist entschlossen, seine Ambition in die Tat umzusetzen. Er befiehlt einer Plotte an der Küste von Priats zu landen, um die Burg einzunehmen. Er greift die Burg bei Busan an und bütet den Fürsten die Belagerungsmission. Deiner Truppenstern ist die Mission fehlgeschlagen. Manchmal ist es besser, über eine wenige offene Sicht anzunehmen. In den Anfangsphasen dieser Belagerung solltet ihr blendend verwenden. Schauen wir mal, was das ist. Manchen Toren empfiehlt es nicht zu erobern, anstatt sie zu tun. Haltet nach erhöhten Positionen Ausschauend, aber von dort aus könnt ihr Pfeile auf den Feind Tage lassen, ohne ein Gegenteil durchzunehmen. Wenn ihr euren letzten Angriff startet, solltet ihr keine Gnade zeigen. Eure schweren gepatzerten Umgelegen. Eure Mönche solltet ihr am besten in Reserve halten. Dank ihres Tempos können sie sich von der Platz schnellen sicher beiführen. Okay. Boah, irgendwie hab ich richtige Flashbacks zu der Einnahme vom Schwein. Dass wir da richtig so umlaufen müssen, die richtige Stelle finden müssen, schießen müssen. Ja, falls ihr mal einen sehr, sehr langen Abend habt, schaut euch meinen Schlachtzug bei der Einnahme des Schweins an. Ich glaube, es sind fünf Folgen geworden für so eine Eroberung. Eine Nachricht von Hideyoshi. Ich vertraue euch. Die Verteidigung ist gut aufgestellt, doch ihr müsst vorsichtig sein. Diese Koreaner sind entschlossene Verteidiger. Die Verteidigung ist gut auf der Seite. Läuft ja Zeit. Nehmen wir ihn ein? Ich glaube ja, damit will ich... Das wird mit dem weniger offensichtlichen Weg gedacht sein. Was kann ich beschützen? Bringt uns zum Kampfgeschehen! Ho, halt! Leitern stehen bereit! Ich denke nicht, was damit gemeint ist. Euer getreuer General! Was soll ich tun? Was sind eure Gedanken dazu? Ich sehe das Ziel. 10 Semponi! Oh! Da haben wir noch gar nicht alle besiegt. Greifen wir jetzt an? So, den stellen wir an. Der Geist ist bereit. Den haben wir gleich eingenommen. Wenn wir den eingenommen haben, machen wir erstmal einen schönen Save. Das ist immer noch nicht was blind. Ich bin jetzt blind. Ich werde aufsteigen. Ich werde aufsteigen. So. Ich weiß nicht genau, ob das was bringt. Ich unterstehe eurem Befehl. Überhaupt die Warlord-Karte. Kann ich mir die machen? Dann hätte ich einfach vorbeilaufen können. Ich speichere mal. Ähm. Wir sind... Japan 5. Glaub ich. Japan. Dann. Dann ist er eigentlich hier. Eine Nachricht von Hideyoshi. Die Arme... Ein schlauer Schachzug. Von den Hügeln aus wird die Burg leichter anzugreifen sein. Vorwärts! Eure Hoheit, es wird nicht leicht auf die Klippe zu gelangen. Ihr könnt die Schutzwände einsetzen, um Pfeile aufzuhalten. Machen wir doch. Etwas netter Vorschlag? Machen wir schon lange. Ok. Leiterträger sind da. Leiterträger sind bereit. Halt! Sooo. Da kommt Ami raus. Sehen? Ich habe es gesehen. Ich befinde mich im Gleichgewicht. Ich gehe. Ich werde aufsteigen. Sooo. Ich habe es noch nicht gesehen. Schauen wir da rauf. Machen wir erst mal D-Platt hier. Was sind eure Gedanken dazu? Mein Geist ist klar. So. Alle nach da drüben. Ihr schießt irgendwelche Leute ab. Wie kann ich denen? So, hier fallen nach und nach Leute. Ich befinde mich im Gleichgewicht. Ich verstehe. Hier alle, kommt mal da rein. Äh, speichern. Ja, das war okay. Es war auch okay. Es speichertes Spiel überschreiben? Neun Tage. Ich bin eins. Ich bin eins. Ich bin eins. Ähm. Euer Schild ist bereit. Komm mal so. Ich weiß noch nicht, welche von denen ich alle töten soll. Mit den Bogenschützen. Oh Gott. Wie der Film. Dann schlussend. Wie der Film hat. Sie ziehen sich zurück. Nehm sich zurück. Aber Glück gehabt, würde ich sagen. Darüber. Gehen wir ran. Gehen wir an. Ich glaube das war nicht geil. Bevor ich einfach neu nade, Ich habe sowieso verschissen mit den Bogenfützen. Da wir sowieso verloren haben, wenn wir die Bogenfützen so dumm verloren haben, laufe der jetzt einfach rein, falls es nicht klappt, okay, falls es klappt, laufe ich nicht. So hoch hier. Okay, hat nicht funktioniert. Laden. Okay. Ja gut, das war jetzt ein verzweifeltor Versuch, ähm, weil wir so echt doof ein bisschen unsere Bogenschützen weggeworfen haben, ne? Das kann man ja schon sagen. Hier vorne waren wir noch ganz gut unterwegs, den Turm hier haben wir noch ganz gut gegründet. Euer Schild ist bereit. Wo ist die Front? Unterwegs. Yumihei,準備 ist gut. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Der Geist ist bereit. Wir werden angegriffen, Genbi-Kanjo! So, ist voll okay. Weichern. Ich bin auf die 2 drauf. Besser wird bei der 2. Ich bin bereit. Ich gehe. So. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich habe die Befreiung für die Geist. Ich habe die Befreiung für den Regeln. Ja. Ich habe die Befreiung für den Geist. Ich habe die Befreiung für die Werte. Okay. Daher habe ich den Knappen. Oh, kann ich nicht escape drücken? Nee, 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 Spiegeladen. Noch nicht optimal. Noch nicht optimal. Wir haben die Burg fast eingenommen. Lasst nun bloß nicht nach. Ich bin bereit. Wir müssen hier ein bisschen Unruhe stiften, bis unsere anderen imperialen Krieger da sind, weil ich könnte mir vorstellen, dass die imperialen Krieger das eigentlich nicht tun müssen, den alleine zu besinnen. Wir müssen nur an den anderen nicht mehr hinkriegen. Wir müssen hier ein bisschen mehr in der Hand. Ich habe ein bisschen mehr in dem Krieger. Wir müssen hier noch ein bisschen mehr in die Ukraine verabschieden. das war knapp bevor die letzte einheit gestorben ist ja gereicht sehr cool das war eine schnelle mission also wenn ich nicht mal gescheitert wäre wären wir können wir müssen natürlich auch design schnell gemacht zu werden und wir hätten uns die zeit sparen können den den schildgröten lust also den wir einfach dran vorbeigehen können ist vollkommen egal gewesen sehr schön ja das war letzte mission mit sechs mache ich jetzt gleich im anschluss bei euch in der nächsten folge bis dann